hallo leute ich habe vor einigen tagen ein video aufgenommen wo ich einen hold gezeigt habe von dm und meinen buchsen abos und wollte den auch hochladen und nehme ich nehme ihn jetzt erneut auf da ich das fail nicht hochladen kann da das ewig dauert und immer abbricht und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim holen wenn ihr etwas hört das ist mein bruder im hintergrund der wohnt momentan in meinem wohnzimmer aber lasst euch davon nicht stören das erste produkt es ist eine mischung aus essens produkten die von dm sind und produkten aus der glossy und 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 der look fantastic box das erste produkt ist eine foundation von essens ich greife das jetzt hintereinander weg das ist von der look fantastic box eine gesichtmaske das ist von der look fantastic box ein sehr neonfarbener pinker lipgloss dann noch von der look fantastic box von der anderen vom vormonat ein lipgloss in einer sehr schönen farbe dann als nächstes bei der dm bestellung war ein parfüm dabei und eine parfümprobe aber auch dieses frische dann noch bei der dm bestellung bestellt das muss make up von essens dann war in der glossy box dieses quattro lidschatten box diese quattro lidschatten box dann war noch in der look fantastic box oder nein das war in der glossy box ein shampoo für gefärbtes haar dann noch von essens dieser braune augenbrauen stift dann wieder eine gesichtmaske glaube ich von der look fantastic box leider kann ich es nicht genau sagen was von der luft look fantastic box das alles genau ist weil es auf englisch draufsteht und ich keine zeit hatte mir das alles durchzulesen ich bin eigentlich ganz gut in englisch aber ich hatte keine zeit mir das durchzulesen dann von der von dieser marke von der glossy box ein mattierendes pusher dann ein highlighter stift von essens das ist ziemlich fest zu moment ich bekomme den jetzt auch nicht auf aber ein Highlighter Stift dann habe ich hier noch einen Kralstift der war in der Look Fantastic Box dann hier glaube ich auch eine Maske von der Look Fantastic Box irgendwas davon war keine Maske aber ich weiß es nicht ein Körper und Haar Duschöl ein Öl als Duschgel oder ja dann kommen hier jetzt noch Essenssachen ein Matplush aus der Essensreihe Matplush dann eine Lidschatten Palette eine kleine die hat nur noch in den Ohr gewusst dann ein Lippen Puder Set von Essens verkehrterer so gehört ein Kajal Stift von Essens ein gewöhnlicher schwarzer Kajal einfach ein gewöhnlicher schwarzer Kajal und dann das letzte Produkt der DM Bestellung eine bunte Eyeshadow Palette mit verschiedenen Farben dann mal noch dabei eine Duftprobe von von sich selbst gucken Norm Macample Duft den habe ich einer Freundin geschenkt zum Geburtstag also die Originalgröße ein Duftprobe und dann befindet sich hier noch ein Nagel und Hand Balsam von der Look Fantastic Box sieht aus wie für Hufe für Pferde aber es steht Nagel und Hand Balsam drauf das war dann der komplette Haul ich hoffe es hat euch Spaß gemacht es war einiges und ich wünsche ihr jetzt noch einen schönen Tag bis bald zu eure Ines